Bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe nicht nur schütteln oder wie die Liga also man schweizt sich als Beispiel und schweizt sich mit dem alten Namen gegen schweizt und auf die haben die leute nun vom Wasser wort von ihnen fragt warum ständig auf dem Weg dahin Willkommen in der verdammten Hölle! Oh, hä? Moskito-Fight, hä? Moskito-Fight, hä? Hä? Oh, verdammt, verdammt! Danke! Ich bin ohne Fahrzeug besser dran! Kann ich mir einfach nur durchmetzeln? Denke ich mir auch immer! Ne, 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 ne... It's official! I'm retarded! Wie bist du hochgekommen? Ich habe eine Arkors-Leiter verwendet. Okay, das war so scheiße, dass niemand lacht! Hast du Arkors-Leiter und Leiter, ne? ja glückwunsch ich hab dir geholfen musste dir helfen war wirklich scheife ich hab halt zweimal Antibarriere drin und einmal Überladung ein Scha- Vorsicht Bungie sehen kann zumindest ich warte da ist der Typ da ist der Typ ich hab dich gewarnt ich hab dich gewarnt ай Todoroco 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 Lüdel Pagena wo ist der Traktor Fatsche Knopf Z10 Den D&D Den D& Den D&D Tractor ist da das wird lustig ich hab'n traktor aber ohne treibstoff tja muss man wohl ja wird grad schwierig ein wildes hässliches abfahren des etwas du weißt dass etwas nicht stimmen kann wenn ein streamer das schiff von bis man das worum sagt aber es nicht mal schafft 30 kids beim strike zu machen wait what ja oder es nicht mal schafft der pvp zwei drei kills von welchem streamer redest du gerade knoffi kenne ich nicht macht glücksspiel eric streng genommen darf dass keiner von uns gucken sogar weil dauerwerbesendung und das ab 18 getrenzt rechnet wird knoffi hat halt mal destiny gespielt hat eric mir erzählt habe ich das mal auf twitch gesucht was er spielt weil ich lebe dein traum wissen wollte auf welchem power level er gestartet ist weil dafür dass er das spiel angefangen hat er schon waffen hatte andere als die starb waffen ja er hatte schon das schiff vom wispon des wurms bei einem live stream aber dafür weil trotzdem war so scheiße dass er nicht mehr zwei drei kills geschafft in dem weg ich könnte mir vorstellen dass er vielleicht sich in der kauf gekauft hat was eigentlich geht illegal ist ja ich weiß das kam ja sehr seltsam ich kenne halt muss ja auch aber natürlich konnte direkt bei mir wo boss anfang muss tot boss ich gebe ich gehe wieder zu meinem tag los kuga lebe dann traurig jetzt lass mich doch hier junge what the fuck ich dachte doch komme ich aber nicht bewegen mal ich verpiss ich einfach spring einfach rum sprich einfach rum und bewegt maxi wieder zu spät ich habe hier ein rift gepackt beim boss ich habe hier ein rift gepackt beim boss ich hau eine ort kliff rauf die nicht wirklich gebraucht hat fack da kann man ritter das ist das ist nur wenn ich bin ich hatte machen schon dass mein rift prägen kann verdammt die haben ein schild gebrochen okay dann auf den auf den verlettern gibt mir deckung fack pf precis ton indian mit rauf notice me you don't notice me ich entwei wieder ein Roborot wie eine Bowlingkugel und jetzt alle auf den Ohren schön also der hatte gerade alle, der hatte gerade Argus Effekt ähm Solareffekt und leere Effekt alles auf einmal meine ganze Kanone raufgetrackt dort okay komm schon, das müsst ihr hinkriegen fuck wo hat der Rechen tippet? wollt ihr mich jetzt verarschen, Spiel? warum bugge ich mich raus? ich hab mich durchgebackt, durch die Wand also ich hab nur gesehen wie du einfach runtergefallen bist ich hab mich halt dahinter verstecken, weil man sich gut verstecken kann und ich kann endlich mal sagen, ich hab ein Team gecurried ey, grad eben, wo ihr bei der Tod war, da hab ich gecurried ey, wer hat der 203 Kills? auch ein gutes Argument ich hab scheiß Waffen drin du hast ja vielleicht auch einen Südbereich drin, ne? am Anfang nur, jetzt hab ich ne normale äh, wie heißt das auf Deutsch? nochmal ein Maschinenpistole drin Raketenwerfer verfehlt nochmal Raketenwerfer schon wieder verfehlt genau das hat nämlich Messer genau deshalb ist es ein guter Plan, sich nicht direkt von dem Boss zu stellen haltet euch von Akkuschaden fern, der tut weh mh, ich find ihn gut alles klar mhm mh, schöne Akkus leider ja, ich nimm mein Messer rein erwarte die Rückkehr ja, ich hab die Zukunft vorausgesagt Maxi, kommst wieder hoch you know what? I must admit something knife to meet you bring den nicht beim ersten Date bring den nicht beim ersten Date danach wird sie dich nie wiedersehen du sie aber schon keine wird sie je wiedersehen weil die ist nicht Bruch ja renn, renn, renn du weißt, dass sie im Krieg wird, wenn die dich mit knife to meet you begrüßt ich bin grundsätzlich gefallen den hab ich gebracht Maxi kommt zu mir, Maxi kommt zu mir, kommt zu mir, kommt zu mir äh, geht grad schlecht oh Gott, der Tesla habt ihr auch irgendwie, jedenfalls Themawechsel musst du beruhigen, habt ihr auch irgendwie gesehen, dass Elon Musk da getwittert hat hier America first Elon Musk ich mach mir grad Sorgen ja, ich weiß neuer Präsident Trilon Musk die neue Company wird Präsident von Amerika Trilon Trilon Präsident Musk seine neue Firma von ihm ich geh auf den Boss mit der Super ist nicht so lustig, wenn er irgendwie direkt ein Schild raushaut ich geschockt bin hm ich geschockt ok, jetzt ist das der Widerstand die ist tot fuck Boss hat mich Big Kick geschlagen oh verdr fuck fuck nein, nein nicht runterfallen nicht dieses Mal wie down ist der Boss schon? ersten Drittel ah gut 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 ok äh, zweites Drittel ja meine 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 regelt halt ich will mir halt nicht dafür da Schaden zu machen ich bin dafür da, dass ihr am Leben bleibt ja fuck diese ironie in diesem Satz gerade äh, es war was Explosives, was mich sehr gerne mag boing nice kill lustig, wenn man einfach Servitoren so finisht, die rollen einfach rum so äh, Barrieren-Servitor ja, kann grad schlecht darauf, ah, okay Max, jetzt, hau rauf er kann grad nicht, ich hab grad andere Probleme wie naheliegende Gegner wo ist der Boss eigentlich? ne, das sind nur normale Vandale oh, Granate so, Barriere-Henny ist weg ich hoffe, ich bekomme irgendwas Gutes und ich hab keine schwere Money, was meinen Traktor recht unnütz macht ich hab noch rund 41 Schuss Maschinengewehr 205 welches hast du? ach, Hammerhead oh, weißt du was? Donnerlaut ich weiß gar nicht, wie viel Schuss die hat ja, ich hab in meinem Leben 500 Schuss, aber ich kann's nicht reinpacken, weil ich instant tot wär damit oh Gott, Vater, Vater, bleib Vater, bleib am Leben mach das nicht, das ist okay, mach halt doch ich hab aber nichts bereit, um uns zu heilen ich verpiss mich einfach mit meiner Verpissmichkeit hast du Unsichtbarkeitsding? ja und ich bin auch wieder da okay, das ist, das ist das Ding jetzt wird er untergehen der Boss hat Beef auf mich der Boss mag mich äh, lass mich springen okay, wenn halt der Boss mich mag bin bei dir danke ich glaube so, das ist der Boss, fuck Maxi beschäftigt sich gut, ne? geht das auch mit Messern? wo ist Barth? Typ 44 in 8 Seiten ich binologe ich bin leer ich binmudends ich binGH ich bin